Auf dem 5. Jahrhundert hat der Sordernagdruck nach Sankt Bern an 20.000 Uhr geöffnet. Genau, ich möchte uns sehr an der Sordernagdruck nach Sankt Bern an der Fahrt, die wir durch die Schule und nach Dschuldigung haben. Und hier müsste jetzt gleich schon der Regelsaufner dann gleich stehen. Das hier? Ja. Keine Fotoarbeiterin, das gibt's ja nicht. Keine Regelbetrag. Nee, aber ich fahre rein jetzt. Das ist wieder so alt. Ich bin auch nicht alt. Wir kriegen die Signale. Das war's. Bimiatis, Wallerfeld, Hans Hotel, der erste Tiger, wenn du siehst, nicht ganz dicht wie die, denn du schießt nie, noch nie. Bimiatis, besser lang wie die, denn du schießt nie, noch nie. Bimiatis, besser lang wie die, also die BIM rear. Musik Rundfunk Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.